Nächster Übung machen wir Schlepp. Schaut, dass eure Schläger gut koordinieren können. Schaut, dass ihr schön in der Mitte drummelt, aber trotzdem der linke oder rechte Schlag schön in der Mitte, aber trotzdem schön angezeigt. Also, dass man das immer sieht, auf welcher Seite ist der Schlepp. Wir fangen rechts an. Vorrats. Marsch. Schlepp. 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 Ein Schläger sollte immer weich auf die Weckbeko. Schauen wir das Ganze leise, schauen wir, dass man trotzdem sieht, auf welcher Seite der Schlepp ist, noch einmal der linke Loot. Jetzt machen wir einmal den rechten Loot. Hau die riesig. Jetzt machen wir ein bisschen schneller. Aber gleich riesig bleiben. Jetzt machen wir das Ganze nochmal Loot. Jetzt machen wir vier Loot und vier riesig bleiben. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt E2. Jetzt alle wieder leise. Auf der linken Seite 2 Loot und jetzt auf der linken Seite 2 Loot. Alle Läute. Jetzt kommen wir ein bisschen schneller. Schauen wir, dass es synchron aussieht mit den Armen. Schauen wir. Dann bleiben bleiben und nochmal leise. Mit den Schläger anzeigen, auf welcher Seite man gerade rummelt. Schauen wir sie wieder. Schauen wir, dass es immer besser ist, dass die Läute der Flasche wurde. Then sehen wir von der Flasche eine Flasche und die Flasche etwas gar nicht mehr. Schauen wir das.